Ayo, was geht Freunde, willkommen zu euch, herzlich willkommen zur nächsten und letzten Folge von Let's Play True Crime Streets of LA. Das letzte Mal haben wir uns ja das zweite vom dritten Ende angeschaut und jetzt gehen wir in die nächsten Sachen rein. Rache ist süß und ja, ne, wissen wir auf jeden Fall Bescheid meine Freunde. Auf gechitterte Käfte Basis ohne Reden. Und ja man. Dann haben wir auch das Spiel komplett durch. Und ich feier's. So. Carrie, ich könnte das stoppt haben. Nick, mein Gott. Wer, wer das gemacht hat? Der Beste, Rocky. Er hat Wus-Thugs töten meinen kleinen Bruder. Nick, komm zurück in HQ mit mir und lass Masterson das machen. Bitte. Nein, diese Zeit ist es persönlich. Sie werden bezahlen. Nick, mach das nicht. Ah, die haben den Bruder umgebracht. Oh mein Gott, Digga. Okay, rein in den Ferrari. Oh shit. Und dann gehen wir mal ab hier. Klatschen die Wichser weg. So. So. Rosie und Nick sind auf jeden Fall echt gute Freunde geworden zu der Zeit, ne, merkt man. Die sind echt cool miteinander. So. Oh shit, Digga. Rocky ist Flucht. Du gehst nirgendwo in Cousin. Und du bleibst schön hier. Oh, herrlich. Es ist so ein geiles Spiel ohne Wiss. Es ist so ein geiles Spiel. Eins meiner absoluten favorite Games of all time, würde ich fast sogar schon sagen. Das ist so ein geiles Spiel. Du raufst und wirst du einfach krank. Ab dem Ferrari Kommt hier runter. Lass mich, du hast es geschafft. Du hörst? Team, zeig mir ja diese Klöte. Okay, let's go. Komm. Let's go. Du Penner-Junge, was ist los? Ich fick dich. Wir haben auch die Mission geschafft. Geil, die Mission geht eine Minute. Läuft. Ist ja wild, Digga. 4 Minuten 50, Digga. Mission 4, Abrichtung mit Woop. Läuft ja Bombe. So. Und die ganzen Folgen, die ihr letzten Tage gesehen habt, die hab ich alle heute aufgenommen. Beziehungsweise, heute schickst du dich gestern. Beziehungsweise, heute schickst du dich gestern. Wo finde ich Rocky? Rocky ging um die Angelegenheit. Wie schön. Wo? Wo? Das war für Cari. Ach wie viel... т'sig. Auf jeden Fall, Digga. Zeit, um die Straße zu passen, Jack. Ach, Nick. Ach, Pistis! so auf direkten wege dorthin in meinem ferrari er mit dem scheiß jungen machte platz los auf seite mit euch ja gut es ist ein bisschen erfen dieser bie aber sag mal so ich sag mal so sagen die platz machen das ganze glaube ich mach es jetzt mal aus so achso da ich denke ich werde diesen Spot aus Digga nicht jetzt mit Überfall, kannst du da knicken da kannst du dich knicken, Digga zahltag hallo, wie kann ich dir helfen? Tafel für zwei, Wu und ich haben Business zu diskutieren Entschuldigung, Sir? Du hast mich gehört Entschuldigung, Sir, dieses Restaurant ist nur Reservations Wie ist das für eine Reservation? Kieße ihn! Digga, was war das denn? Das war ja so geil Hier kommt ein LED-Enema Digga, das war ja so geil, oh mein Gott, Digga Oh mein Gott, wie geil war das denn, Alter Boah, Shit, Digga Die haben sich gut erwischt Schnell durchscht, Digga, wo ist der Donge Law Wands Sooo Chillig Auf zum Flughafen Entspannt Du hast mit mir geschlafen, Wu? Nun, hier bin ich Mein Bruder hatte nichts damit zu tun, nichts Niklas Ich habe ihn nicht töten Mein Mann hat ihn Es war ein Verrückter Bullshit Ich weiß, dass du mit Rocky Probierst du ihn hier jetzt falsch, Niklas Ich hätte nie geregelt Arbeit mit den Russischen Wenn es nicht für Charles war Jetzt Regrettlich Ich muss meine Erwartung 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 Du hast Rocky Jetzt Du findest was du findest wo du in der Stadt Wir sehen Aber erst wir bezahlen für das Carry Was in der Hölle Ja Ja Das haben wir schon Also haben wir schon gesehen Weißt du bisschen mehr warum es nicht geht Weil der Typ ja ein Geist ist Also Er lebt ja nicht mehr richtig Ja, alles sehr sehr weird Mit dieser chinesischen Mythologie So Warte Oh mein Gott Digga, das ist ja Wirklich, das ist ja ganz sehr arschhaare Zwirbeln, so weit ist das Wenn ich jetzt da langfahre Ja, ok Einfach mit Vollspeed voraus Wir kommen da irgendwie schon Oh, dieses Langstreckenfahren Ich liebe es Aber nebenbei bist du nicht Ich weiß nicht, wie das aussieht Mit Urheberrecht, ich glaube, oh nein Ich werde so viele Probleme haben Ich werde so viele Probleme haben Wegen der Musik, Digga Das wird echt bitter, Digga Ich ficke deine Mutter und ich ficke deinen Vater Mit einer extra Zwiebelschale Ich kann halt maximal nicht Freestyle, Digga Schreiben kann ich mittlerweile ein bisschen Wird immer besser, aber Kommt drauf an, was für ein Beat es ist Aber Freestyle, Alter, kannst du knicken Ist eigentlich muss, glaube ich, ein Modus sein Dann würde es, glaube ich, gehen Aber ich muss das, glaube ich, einfach viel mehr üben Verpiss dich, Digga So, aber ich habe damals Rapper Mittwochs Supergang geschaut, Alter Und wenn habe ich gefeiert Boah, Cynica habe ich extrem gefeiert Ich habe Bongtegi sehr gefeiert Piccino war krass Mighty Mo natürlich Das war alles Das war schon alles richtig geil, Alter Hat immer richtig Bock gemacht, das zu hören, auf jeden Fall Um sich das anzugucken Das war schon echt was Geiles Wie weit denn noch, Digga Boah, meine Fresse Boah, ich hasse diese langen Strecken, Alter Ist das so belastend So, aber ich frage mich, was mit dem Spiel ist Dass das auf dem PS2-Morator immer noch nicht funktioniert Keine Ahnung Das lief, guck ich schon damals auf dem E-Morator nicht, ne Ich kann nicht mich daran entsinnen Da habe ich halt immer die Original-Harte gebraucht Aber mit dem Gamecube, also hier mit dem Dolph-Morator Läuft das wirklich ohne Probleme Das Game ist ja, glaube ich, auch auf Vier Plattformen erschienen Xbox auf jeden Fall PS2, Gamecube Und PC Es gab, glaube ich, nie eine Dreamcast-Version Hat sich aber auch richtig gut verkauft, glaube ich Also schon ein paar Millionen Mal hatte ich das Spiel verkauft Deshalb haben die auch gesagt Okay, weißt du was, dann machen wir halt den zweiten Teil Aber ich muss sagen, der zweite Ich habe den zweiten, glaube ich, nie gespielt Äh, New York City Ich habe den nie gezockt Weil mir der erste so gut gefallen hat Und, ähm, ich es nicht geil fand, dass er nicht war wie der erste Auch nicht mit den gleichen Charakteren Du spielst ja nicht als Nick Du spielst als Du spielst als Snoop Dogg Du spielst entweder als Snoop Dogg Oder als auf jeden Fall Ein Schwarzer, der aussieht wie Snoop Dogg Definitiv Als der spielst du Als so einen ehemaligen Verbrecher, glaube ich Aber es hat meiner Meinung nach nicht ansatzweise so geil gewesen Wie hier Der erste Teil Gut, der zweite war, glaube ich, technisch ein bisschen besser Und ich glaube, die Stadt war ein bisschen Nicer gemacht, glaube ich Alter, wie fahr ich hier, Junge Müssten gleich da sein, theoretisch Ja, sind gleich da Könnte ich machen, die, 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 die Dings Aber ist ja auch scheißegal Ich will eigentlich nur noch das Obwohl ich das Game gerne spiele Aber ich würde es gerne einfach Weil ich zock's schon den ganzen Tag Rockies Beute Ah, ist schon Finale Der Episode, okay, krass Und dann noch Die ging schneller, 15 Minuten Gut, die Strecken zu fahren Manchmal, das dauert Das dauert extrem lange Ja, das dauert Quick, you lazy Bastards Rocky will make Pierogies Out of every One of you If something Happens to this Counterfeit Racky, you Scum What the hell What's happening Smarty The Cap Taking the door Stop him Zoom 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 Warte mal So, jetzt einfach, glaube ich, von da wegfahren. Und dann haben wir das. Fahren könnte ich sowieso nicht mehr. Perfekt. Supi. So, nicht anders. Oh, Mann. Scheiße, ich drauf. Ab in die nächste Mission. Auf zu Rockys Versteck. Du schuldige Scheiße. Ja, also ich bin krank. Das hat nicht verändert, dass ich dir versuchte, zu helfen. Dein Bruder ist tot, weil du nicht hörst. Ich weiß nicht, dass ich... Ich weiß nicht, dass du... Du schuldigst. 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 Wenn ich so viel zu sehen, dass ich dein Schadig, wenn ich Rockys Party krasse, dann werden wir uns in San Quentin schrubben. Jetzt, wo ist dieses Club? Ja, das ist klar. Ab zum Club, Digga. Da sehe ich mich jetzt. Gleich. Die. Die. Wegzuklatschen. Diese Miniks. Zuuu. Oh, shit. Fuck off. Zuuu. Einfach durchziehen mit dem Wagen Da ist der Club schon Assalamu alaikum Sooo, egal, chillig Ganz chillig Der Haken an der Sache Ach du Köcke Okay Okay Dippity doh, let's go slow Dippity doh, let's go Dippity doh, let's go Dippity doh, let's go slow 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 Penner, da ist alles Idioten Pfff Dippity doh, let's go slow Hehehe, ich hab psychisch, Alter. So, nochmal von vorne. So. Ich hab einen Pfeil verschossen, Scheiße. Nein, Digga. Nein, Digga. Mann, diese Scheiße, Mann. Mich fuckt sowas ab, Digga. Nein, Digga. Nein, Digga. Ach, fuck off. Ich schwöre, das ist so ein Müll, Junge. Es ist so ein Müll, sowas. Ich hasse sowas. So ein Bullshit, Digga. Es ist so ein Dreck, Alter. Nein, Digga. Meine Frössung. Ich weiß, was ich jetzt mache, Digga. Einfach ins Prinzip. Nein, ich kann. Jetzt pass auf, Digga. Ich mach jetzt einfach so. Demolation. Spielstand speichern. Einfach hier rüber. Falls jetzt nur was passieren sollte. Kann ich das jetzt einfach laden. Quatsch. Jetzt haben wir's geschafft, die Scheiße. Oh, ich weiß das nicht. Kann ich das nicht machen, das Sie nicht machen können. Kann ich das nicht machen wollen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das war so, aber das ist der Freakshow. Oh, das war wasabi fröhlich. Wie geht's also, dass ich den Job, das nicht gemacht habe? Wasabi fließt? Ich dachte, du würdest nicht trinken. Guts! Easy now, kitty. Enjoy the cat fight, Detektor. Oh mein Gott! Degas, ich hab die Soundtrack, Degas. Ich kenn den Song. Ja, Degas, das ist aus Jet Li, Kiss of the Dragon, der Song. Als ob du die Lizeis für den Song haben. Ich fick mein Leben, Degas. Wie geil ist Dustin? Oh mein Gott, Degas. Ich hab mir Kiss of the Dragon echt lange nicht mehr gegeben. Das muss ich mir eigentlich wieder mal reinziehen in den Film. Unglaublicher Film, Degas. Kiss of the Dragon mit Jet Li. Scheiße. Unglaublicher Soundtrack. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, Degas. Nein. 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 Oh du Hurensohn. Lack, der kommt mit Messer. Nein. Nein. Let's go. Perfekt. Perfekt, Perfekt, Perfekt. 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 Oh shit, hier wieder vieler. Oh shit, Rocky. You're bullshit games, Rocky. And you'll never see your money. Oh yes, I will. See. I have Kalato. Ah! Rosie. Don't be stupid, Gang. You wanna see her killed too? No. Don't you lay a finger on her. I'll get your money. Ring the trap. Chinatown Plaza. Noob. See you soon, Detective. Digga, was hat denn... Ah Digga, Rosie sieht geil aus in dem Outfit. Hohohohoho. Digga. Die sieht allgemein gut aus. Bro, aber in dem Outfit leck mich am Arsch. So, shit, ey. Ja, Geldtransporter, Digga. Das ist es jetzt, das ist es jetzt nicht. Ja was, wie komm ich hier raus? wirst du dich forschen wie komm ich hier raus ja team oder wie komm ich hier raus so hier hätte ich schon ganz sagen so macht ihr schön mal eure sachen sie ist schon da vorne verpiss dich jaminjag so jungen rosy alter in dem outfit ja komm das demnach mitkommen feiten können wir immer gebrauchen und sind eh gut in der zeit von daher passt drachen kick boah drachen kick hört sich gerne b y b y ok wow wild soo listen guys comes with steam wow guy let's have a bite of ammo nice ok nice ok verstehe sehr schön sehr schön sehr schön der stinke brennt so noch einen in die fresse noch so mit dazu am ende digger geil so perfekt digger so 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 dass ich das letzte mal gezockt habe Na komm, wo ist hier die Straße? Und da vorne ist schon das Missionsziel. Wunderbärchen. Wir können jetzt, wie gesagt, so ein bisschen auch in die Länge ziehen, weil wir eigentlich eh fassen durch. So, ich frage mich, ob ich jetzt hier nochmal diesen koreanischen Schwanz da kämpfen muss. Flucht vor Mars, das ist okay. Oh shit, die FBI, das ist FBI, oder was? Ist mir das FBI auf den Fersen? Ich glaube, ja. Oh shit, hold it right there. Where do you think you're going with that? And where is Velasco? You've got to let me go, Masterson, or Rosie will die. What? Kang, step out of the vehicle right now! Afraid I can't do that, pal. Äh, Jungs, kann ich bitte? Hallo? Digger, hallo, willst du mich verarschen? Gute, eine fehlt noch. Gute, alles klar. Der kommt nicht bereit. Der kommt nicht bereit, der Wagen. Kommen beide nicht bereit. Ich komme nicht bereit. Ich komme nicht bereit. Ich komme nicht bereit. Perfekt, siehst du? Das habe ich gesagt, die kommen nicht weit. So. Showdown in Chinatown. Chill. We're the hellless Wolf's crew. Never trust a Chinaman. Oh, you can say that again. Shit. It's here. Alright, release her. Are you okay, Rosie? Come on, Nick. Let's get out of here. Go on ahead. Call backup. I ain't done here yet. Nick, for once. Just step away from the truck, Kang. No funny business. Bost. Who's that? Swat? Afraid not. Go Rosie, run! What? Kang! You're dead! Ha! Looks like we both are. Bastards! Holy shit! Come on, come on, come on, come on! So, jetzt kein Schwachchen treiben. Jetzt einfach die Gegner raus eliminieren. Sehr schön. Die Pistole sind einfach brutal stark mittlerweile. Die sind so heftig. Die sind so starkes Abnormal. Ist da Rosie drin? Nee, ist einfach so eine... Wandelnde Dings, Digga. Jetzt noch kein Füri wie Nick Kane. Fisk auf! Let's go! Digga, wie viel, alter. Letztes Gefecht. Let's go! Now, who is this guy? Why do I get the feeling... You will pay for this with your life, Kane. Just like your old man. Did you kill him? Just say it! Let's see if you can take me. Maybe I tell you. Trembling with fear? Now? Oh, well, it should be. Let's go! Oh, du schwach, Alter! Nein! Let's go! Let's go! Nein! Let's go! Let's go! Nein! Mann, du schwach das! Nein! Mann, du schwach das! Bam! Let's go! Let's go! Das was mit ihm. So! Okay, jetzt schon in sequence. Good. Looks like you win, Detective. I'm used to it. Now, what about my father? Time to join your father, Detective. Rosie? Shit, you killed him! Oops. Must have slipped. Damn it. What did you know, you bastard? Come on. Let's get out of here before Masterson shows up. Now, I never made Detective, but let me give you a piece of advice. Don't believe what you see at the movies. In all my years here, I ain't never seen a case where it all clicked together as kosher as a Hollywood flick. Now, the ugly truth. Now, the ugly truth. Good job, Nick. Fuck my life. Digger, what do you see in my burned eyes? Let's go, Cousin. Let's go, Cousin. The song is good, Digger. Good flow. The song is good, Digger. That's the absolute crazy. What are these pictures, Digger? 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 Digger. Digger. Geil. Okay, perfect. Und ja. Wir haben alle Level gesehen. Wir haben alle Enten gesehen. Und ja. Ich verabschiede mich hiermit. Mit dem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst es in der Conabora. Wir sehen uns dann in einem neuen Let's Play-Projekt. Bis denn jetzt checkt die Mito-Fisch und die Zwiebeln. Und haut rein. What's your mind?